Wie alt ist der älteste Mensch der Welt? Die Forschung geht davon aus, dass das maximale Alter, das erreicht werden kann, aktuell bis zu 150 Jahren liegt. Also unter optimalen Bedingungen mit Top G. Im Januar ist die zu diesem Zeitpunkt älteste Person der Welt im Alter von 118 Jahren gestorben. Und zwar die französische Ordensschwester André Randon. Und damit liegen immer noch ein paar Jahre zwischen ihr und der ältesten Person, die bisher gelebt hat. Und zwar die Französin Jean Calmet. Sie feierte nämlich noch ihren 122. Geburtstag. Die 150 hat aber noch keinen Erfolg gemacht. Vielleicht ja jemand von euch.